Ich habe dir in einem anderen Video, in einem anderen Modul, schon das Thema Platzhalter bzw. dynamisches Einfügen von bestimmten Informationen in Anzeigentexte gezeigt. Da ist zum Beispiel diese Keyword Insertion, wo du mit der geschweiften Klammer Keyword entsprechend das Keyword, was der Nutzer sucht, was die Anzeige auslöst, in diesen Anzeigentitel zum Beispiel übernimmt. Das ist das, was am häufigsten genutzt wird. Dann die Countdown-Funktion habe ich dir vorgestellt, wo ich also sagen kann, ab dem Moment, wo der Nutzer die Anzeige auf Google sieht, soll er bis zu einem von mir festgelegten Termin, also ein Datum mit Uhrzeit, herunterzählen. Und je nachdem, wie weit der Nutzer noch davon weg ist, zeigt er zum Beispiel an, du hast noch fünf Tage Zeit, bis diese Aktion endet. Und es gibt dann auch weitere Möglichkeiten, wie die If-Funktion für Remarketing oder Geräte. Oder, und das ist jetzt in diesem Video einmal vorgestellt, dass du auf ein Feed zurückgreifst. Also, dass du zum Beispiel mit sogenannten Anzeigenanpassungsdaten Produkte und den Preis oder Produktkategorien und den Preis oder Dienstleistungskategorie und den Preis zurückgreifst und diese Anzeigentexte so baust, dass er das eben dynamisch einfügt auf Basis dieses Anzeigenanpassungsdaten-Feeds. Ja, oder wir hatten jetzt beim Kunden den Fall, dass er eine Roadshow gemacht hat, das heißt, immer mit dem gleichen Thema gab es sozusagen eine abendliche Veranstaltung, die aber immer einen anderen Tag, also einen anderen Termin und eine andere Stadt hatte. Also zum Beispiel am 5. Mai in Berlin, am 6. Mai in München, am 7. Mai in Düsseldorf und so weiter. Ja, und dann kannst du eben auch Google sagen, okay, immer wenn ein Nutzer aus Düsseldorf oder Umkreis nach diesen Keywords sucht, dann zeig ihm bitte die Anzeige an, wo du dann basierend auf seinem Standort natürlich auch den Roadshow-Termin aus Düsseldorf mit der entsprechenden Lokalität anzeigst. Ja, also auch für sowas kannst du das wirklich gut und schön verwenden und du findest das Ganze im Google Ads Konto unter den Tools, Geschäftsdaten und kannst dann Feeds anlegen und das ist dann der Typ Anzeigenanpassungsdaten und kriegst natürlich auch hier von Google eine gewisse Hilfestellung. Du kannst also hier zum Beispiel dir mal eine Vorlage herunterladen, dass du auch sehen kannst, okay, was braucht Google denn an Informationen, schieb dir das hier rüber auf den Bildschirm und kannst dann halt entsprechend zum Beispiel hier hast du ein bestimmtes Modell mit einem bestimmten Lagerbestandtyp, dann ab wie viel Euro zum Beispiel geht das los, gibt es ein gewisses Datum, wo eine Aktion endet, also wo es einen günstigeren Preis gibt. Welche Kampagne soll sozusagen dann auch auf diese Daten zurückgreifen, von welcher Location, also von welchem Standort soll der Nutzer suchen, damit er dann auch diese Informationen sieht. Also kannst du das wirklich sehr granular dann auch targetieren und zuordnen und dann hast du sozusagen diesen Feed hinterlegt in deinem Konto und kannst dann wiederum mit geschweiften Klammern auf genau diesen Feed zugreifen. Ich versuche dir mal auf die Schnelle hier ein Screenshot zu zeigen, wo du dann also mit der geschweiften Klammer in den Anzeigentext gehst und dann greift er sozusagen hier eben auf das nicht standardmäßig vorhandene Rezepte zu, sondern Rezepte ist dann ein Seitenfeed in deinem Google Ads Konto. Und hast dann eben entsprechend diese Möglichkeiten, die Anzahl, die Bezeichnung, die Eigenschaften, den Terminen, den Ort, die Location und so weiter mit auszugeben. Ist eine sehr fortgeschrittene Funktion, kann aber durchaus sehr hilfreich sein, gerade für sowas wie so eine Roadshow oder für bestimmte Dienstleistungskategorien mit verschiedenen Preisen, dass du das vielleicht nicht so granular aufsetzen willst, sondern dass du das eben abhängig von dem, wo der Nutzer gerade ist, nutzen möchtest. Die Anzeigenanpassungsdaten sind übrigens auch durchaus in Kombination möglich zu Wetterdaten. Also du kannst auch externe Quellen anzapfen, wo du für bestimmte Standorte das aktuelle Wetter anpassen kannst. Das heißt, theoretisch könntest du in deinen Anzeigentexten sagen, liebe Münchner, es regnet jetzt gerade bei Ihnen, möchten Sie unsere Regenschirmkollektion anschauen. Und gleichzeitig hast du in Berlin vielleicht die Anzeige, liebe Berliner, ist das heute nicht ein schöner sonniger Tag bei 32 Grad? Schauen Sie sich unsere besten und praktischsten Sonnenschirme an und kannst eben basierend auf dem Wetter dann auch sozusagen die Anzeigen verändern. Das hat jetzt selten so einen richtig starken Effekt auf Klickrad oder ähnliches, aber das kommt immer darauf an, welche Ziegelbohr du ansprichst, mit welchem Produkt. Das kann durchaus einen sehr großen Effekt haben und das ist für sich genommen auch wirklich wieder eine sehr, sehr mächtige Funktion, die du dann nutzen kannst mit diesen Anzeigenanpassungsdaten.